Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und ähm heute zocken wir ein paar Minecraft Versionen und irgendwie springe ich grad die ganze Zeit. Kannst du das bitte aufhören? Ähm das nervt sie mich. Junge! Weshalb ich gemacht, dass ich jetzt die ganze Zeit springe? Egal. Auf jeden Fall testen wir heute ein paar Minecraft Versionen und das hier ist die erste. Man konnte hier nicht viel machen außer ähm bauen und bauen und bauen und es ist nur mit Stein hier. Seht euch das an, das ist doch komplett dumm. Auf jeden Fall. Ja. Man kann hier in der Version nicht richtig viel machen. Wir bullen uns mal ganz nach unten. Da auf jeden Fall ähm wenn man ganz unten war, ist man irgendwann mal runtergefallen. Wenn man. Ah. Und wenn sie nicht gestorben sind dann eben. Und die Minecraft sind es noch heute. Aber das war in der frühen Runden Version nicht so geil, dass das hier die ganze Zeit jetzt mal runtergefallen ist. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zur nächsten Minecraft Version. So Leute. Kommen wir schon zur nächsten Version. Und bei dieser Version gab es jetzt endlich schon ein Hauptmenü. Hier seht ihr Minecraft 1.0.0. Und hier steht schon WOW. Ja. WOW. Das ist echt eine alte Minecraft Version. Egal. Wir klicken auf Singleplayer. Wir stellen eine neue Welt. Machen einfach mal ähm. Survival. Machen einfach mal irgendein Bezid. Und wir können die ähm. Welt erstellen. Und ja. Okay. Ähm. Das ist die Minecraft Version. Und hier konnte man auf jeden Fall schon mehr machen. Wie ihr seht. Ich würde mal gucken ob es schon Tiere gab. Schweini. Komm her mein Kleiner. Ich hab. Ich. Ja. Ich hab schon lange nicht mehr Minecraft. Schweine gespielt. Kommt her. Kommt her meine Schweine. Was ich witzig fand. Immer wenn man Schweine geschlagen hat. In der frühen Version. Dann sind sie so hochgesprungen. Habt ihr ja gerade eben gesehen. Ich zeig's euch gleich nochmal. Seht ihr's? Also ich zeig's euch nochmal. Äh. Kommt nochmal von den Baum da rein. Jo. Ja. Ja, ganz brav, Schweinchen. Und... Flieg, mein Schweinchen! Flieg! Flieg! Ja, ja, okay. Können wir... Wir können uns Holz machen. Wir können uns ein Crafting-Table machen. Okay. Können wir... Es sind Stücks. Es sind wirklich Stücks. Nein, das hat wirklich noch kein Mensch gewusst. Okay. Wir können uns hier... Können wir eventuell... Yes! Yes, Baby-Sieger! Okay. Wir können hier runter. Okay, wir haben Stein gefunden. So. Wir müssen Stein abbauen. Wenig und neig und neig und neig und neig. Und hier. Moin, Meister! Öh. Öh, das war grad komisch. Ich glaub, mein Minecraft spielt ihn grad komplett herrum. Kommen wir einfach zur nächsten Version. Okay, wir sind in der nächsten Version. In der Minecraft 1.5. Und hier hat sich auch nicht viel verändert. Wir können auf Singleplayer gehen. Oh! Ist es meine Welt? Sag mir, ich da ist meine Welt. Bitte. Okay. Es ist meine Welt! Und es hat sich halt wirklich nicht viel verändert. Oh, äh. Ja! Ähm. Dann können wir uns hier noch, ähm, hier, ähm, Achsen machen. Ähm, ja. Was können wir uns noch machen? Schaufeln. Ist ganz wichtig. Und, halt, und noch ein Schwert. Warte, kann man schon in dieser Version... Oh, endlich kann man das... Okay. Unser Crafted Table nehmen wir mit. Okay. Okay, komm her, du Schweinchen. In dem Fall fliegen jetzt auch die Schweinchen nicht mehr... Okay, wir können... Schweini, komm her! Uh! Ähm, was, was hast du da umzulösen? Wir können hier auch Schweinis töten. Und dann hat sich hier nicht mehr viel verändert, würde ich, würde ich sagen. Jetzt machen wir noch eine Version, und dann würde ich sagen, dann war's das schon mit dem Video. Okay, kommen wir nun zur, ähm, letzten Version. Wir sind hier unterwegs in der 1.8.5. Ja, und hier steht schon... Yay! Yay! Ich nehme ein Video auf. Oh, hier ist sogar noch mal unsere Welt. Die können wir noch mal starten. Okay. Ähm, hallo? Ah, da bin ich. Oh, ich hab meinen Skin. Lol, ich hab meinen Skin. Okay. Press... Press E to open your inventory. Okay. Geil. Geiler Holt. Und das war jetzt ihr Wohmilchstimme. Ich kann gerne noch mal... Hm. Wo unterhalten sich die Schweine da? Egal. Ähm, hier gibt's ja auch keinen Unterschied von dem her. Ja. Die Items sehen noch gleich aus. Und ja, hat sich eigentlich gar nicht viel verändert. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ich was übersehen hab. Oder auch, dass ich hier kein Unterschied mehr ist. Okay, dann war's das schon mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert unseren Kanal, falls ihr's noch nicht getan habt. Und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, das war's schon mit dem Video. Und ciao. Ciao. Ciao.